Lucia hat zehn Jahre behauptet, ich finde aus mehr als 2000 Fotos, die parallel auf zwei Monitoren präsentiert werden, innerhalb kürzester Zeit, das eine Bild, das nicht auf dem anderen Monitor zu finden ist und bin darin besser als Wiegert Boning. Lucia und Wiegert stehen vor zwei Monitoren, auf denen jeweils etwas mehr als 1000 Porträts zu sehen sind. Auf dem rechten Monitor ist dann ein Bild zu sehen, das auf dem linken Monitor nicht zu sehen ist. Für jeden richtig erkannten Fehler gibt es einen Punkt. Wer nach vier Durchgängen mehr Punkte hat, gewinnt das Duell. So, Lucia, du bist bereit? Ja. Dann starten wir das Kreuzblick-Duell mit klein gegen groß. Auf, los geht's, los! Und die erste Aufgabe für Lucia. Stopp! Du sagst mir bitte den Quadranten. 2a. 2a sagst du, das ist der Quadrant, in dem der Fehler zu finden ist. Wir haben den Quadranten jetzt markiert und jetzt sagst du bitte hoch, runter. Runter? Runter. Runter. Rechts. Rechts. Das ist das Bild. Das ist das Bild. Und es ist richtig! Wiegalt. Erster Punkt für Lucia. Die erste Aufgabe für Wiegalt. 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 Stopp! Das ist 4b. 4b? Also rechts. Ein zweiter. Noch weiter. Runter. Runter. Das ist er. Wir lösen auf. Ja. Ja. Richtig. Beide haben einen Punkt und zweite Aufgabe für Lucia. Wiegalt. 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 Ja. So. Wiegalt. esta włala. Ja. � down. Ch bedenke. Scha发 mutta. Die Person Sehr gut Blinkt da was oder leuchtet da was? Was passiert an der Stelle? Also ich sehe das Bild, wenn das ausgetauscht ist, dann blinkt das Bild Dann blinkt das Bild für dich vor deinem inneren Auge Ja, sehr gut Zweiter Punkt für Lucia Zweite Aufgabe für Fiegel Let's see ... ... Nee, sorry, ich sehe es nicht. Ist nicht? Nein, schade. War im Mittelfeld. Schade. Ich bin vorbeigegangen. Okay, keinen Punkt in dem Falle für Wiegert. Danke, danke. Ich sehe es dran. stop 3 b 3 b unter 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 rechts 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 das ist das bild richtige lösung bisher dritter punkt und wiegert zu dir stopp 4 4c markieren den quadranten 4c und du sagst welches bild ist nicht runter 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 also runter runter und jetzt rechts weiter weiter das also weiter ein zweiter das ja okay glaube an deine eigenen fähigkeiten stopp 5 a 5 a unter unter rechts 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 das ist die person das ist die person und es stimmt vierte punkt für dich aber wieder kommt du hast so viel geübt und so viel trainiert ja ist richtig stopp b 1 das ist aber ich weiß jetzt welches das ist aber das gegen die regeln nicht ja aber du kannst wenn du es jetzt weiß dann dann sag ich zumindest es ist im b2 fünfter von oben dritter von links das wäre es gewesen in der tag ja aber damit haben wir eine siegerin im brottspielgüttel und was ist los hier wenn ihr noch mehr coole challenges sehen wollt dann gibt es die hier in der mediathek und hier gibt es das nächste video also abonniert den kanal und denkt an die glocke das geht das geht Vielen Dank.